Willkommen zurück beim Terran-Konflikt. Wir sind in Omikron-Lyree, wo ich auftanken wollte. Das geht hier. Energiezellen transferiert. Genau. Und dann werden wir nämlich gleich weiterfliegen, denn wir haben einen Termin in fortwährende Sünde. Oder besser gesagt, im dazugehörigen... Ähm... Ja, sag schon. Wo ich meine Schiffe verkaufe. Schiffswerft. Genau. So, heiliges Relikt war es nicht. Da muss ich mich aber auch mal drum kümmern. Es war das Reich des Kardinals. Und die Piraten sind weg? Die Piraten sind weg. Na gut. Da hat sie das Thema ja schon erledigt. Wo sind die Piraten? Hier sind sie nicht angekommen. Und hier sind sie ja... ... 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 du bist erweiterung installiert duplex reicht hier eigentlich duplex scanner installiert alles kommt die erweiterung auf handelssoftware mk2 was brauchst du nicht navigation braucht mk ein spezialsoftware mk1 versorgung ist nicht gut kommando konsolen navigation wo bist du in einwand prime genau dann doch mal bitte dort an und versorgt dich dort mit energiezellen andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert so mokys rache haben computer eine kommentare geschrieben dass ihr den erobert habt gibt es da was zu erobern ich kenne noch gar nicht was sagt denn der schlaue train des verlangs wo waren fortwährende sünde die finde ich jetzt auf die schnelle nicht ach da mokys rache da steht aber auch nichts bei ich gucke den sektor mal an die hat nämlich schöne viele asteroiden so was haben wir gesagt eingehende nachricht ruhe bitte malström miton moky noch sprung antrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 60 und ich möchte mich auch gleich 90 initiere sprung aber erst mal gucken wie moky aussieht erreiche system mokys rache oh hallo piraten piraten aber so durchgangssektor war eingehende nachricht ja eingehende nachricht warte mal als erstes was da dran laderaum ruder optim triebwerks tuning install booster weil duplex scanner installiert soo handelskomp handelssof handelssof kampfsoftware kampfsoftware mk2 install navigationssoftware mk spezialsoftware versorgungssoftware insta kommando kommand konsolennavigation ach so du kannst ja gar nicht springen docke mal an wo bist du ach du bist ach das ist der eingehende nachricht nein das ist der nicht verstehe ich jetzt nicht warum ist der buster ach so das ist ja gar nicht aus omikron lüree da habe ich doch zwei hier bin ich jetzt 168 einheiten 4 bei 5 mega schilder du bist ja aus omikron lüree ok die nova laderaum erweiterung installiert ruder optimiert triebwerks tuning boost erweiterung installier handelscomputer erweiterung handelssof handelskampfsoftware kampfsoftware mk2 ist der navigationssoftware spezialversorgungssoftware nova aufklärer kommando kommando konsole navigation docke mal bitte an ptni hauptquartier da holst du nämlich auf so so tatsache es gibt hier einen ok da finde ich mal weiter in die richtung so was ich jetzt gucken wollte war omikron elysium tempel hier gibt es den sprungantrieb rakete im anflug verdammt da fällt mir was ein kommando akzeptiert man sollte nicht in einem piraten sektor rumgammeln ziel ist nun in feuerreiten man sollte nicht in einem piraten sektor rumgammeln während man seine schiffe soll ziel ist nun in feuerreichweite aufgeschaltet frachtraum enthält nun partikelbeschleunigerkanone danke oh pirat galeone ok phasenrepetiergeschütz frachtraum enthält nun phasenrepetiergeschütz kann ich mich daran gewöhnen impulsstrahlen emitter frachtraum enthält nun impulsstrahlen emitter ok zyklonrakete oh zyklonrakete frachtraum enthält nun zyklonrakete ich lasse euch immer wieder alleine wo sind omikron ach noch weiter oben raumkraut graben nein umikron muss hier sein genau profit center ptni grüne suppe da aha richtig nicht jucke voll muss ich mir angucken sprung antrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 und euch muss ich noch mal der richtung sich 70 80 90 initiere sprung da habe ich also drei frachter erreiche system grüne schuppe so pirat nova warum kriegt ihr hier nicht jucke voll ja die achten einfach weg drehen einfach ab ja da muss ich hier auch noch eine reihe geschütztürme bauen na gut na gut dann erst mal omikron ausrüstungs dock nova kommando kommando konsole navigation docker an soweit ist das ja nicht lysium undock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert wo gibt es hier eigentlich die nächsten schilde zu kaufen achten eines ihrer schiffe wird angegriffen grüne schuppe das glaube ich jetzt das glaube ich jetzt sprung antrieb wird geladen 10 prozent 20 30 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initiere sprung dafür war der geschützturm da ich dachte jetzt erreiche system grüne schuppe ich dachte jetzt da wäre einer von meinen frachtern aufgetaucht wie gefragt habe ich mit frei reicht nicht die sind haben sich nämlich zu weit zerstreut muss ich wieder nach hier unten bringen na gut antigone fleisch du bekommst energiezellen du hast auch energiezellen ach so du kannst deshalb nicht springen weil du keinen sprungantrieb hast kommando akzeptiert genau so jetzt omikron da ich wollte nach schilden gucken panzerungsfertigung 25 mega schulde ich kenne jemanden der hat keinen satelliten dort sprungantrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initiere sprung so da muss ich jetzt nämlich gucken was ich mit dem zweiten basta mache erreiche system soo war natürlich klar dass es hier keine schilde gibt ist ja nicht so als könnte ich welche gebrauchen wa oh ihr wollt eine schildfabrik bauen finde ich aber nicht von euch agrarzentrum m beta da fliege ich gleich hin ich will hier bloß ein satellit rausschmeißen so mal gucken ich bräuchte hier ein satellit hier einer und hier oben einer o gott feindliche schiffe danach chance da habe ich gar nichts zu suchen freunde ach okay ja na gut warte mal kann ich die satelliten da unten mitnehmen naja gut ob so oder so ich brauche drei infoziel raum sprit brennerei das ist die hier war ja und jetzt bin ich am rand ok also fracht fracht erweiterte satellit ausgeworfen ausgeworfen so jetzt bitte nach oben genau so und während ich da jetzt hin fliege kümmere ich mich endlich um eine fracht da nehm ich die dort kommando kommando konsolen navigation springe und fliege zu station erlaubnis erteilt kommando akzeptiert kommando kommando konsolen navigation springe erlaubnis erteilt kommando akzeptiert zack der erst weg der springt jetzt auch an den schützen wirft und dann ist er der letzte erlaubnis erteilt kommando akzeptiert ok ihr habt wieder ruhe so wie weit bin ich weg sehr gut sie sprechen mit welcher teufel genau recht es könnte ihnen ein paar schwierigkeiten bereiten übernehmen sie den auftrag split satellitenfertigung ähm da muss ich mal ganz schnell in den xadrian reingucken rasse split opq rs satellitenfertigung 900.000 moment 900.000 hahaha und ihr wollt zwölf millionen zahlen schweren herzens meine missionen stations konstruktion in omikron lüree das hätte ich wissen sollen na gut omikron lüree schiffswerft orca kommando kommando konsole navigation springe wo muss ich hin familien stolz rockers macht zürz macht bereich rockers prüfung familie rü familie tür so da hier oben war zuflucht als patriarchen doch betrug das patriarchen rockers macht rockers macht den nehmen wir andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert so stücke darüber noch da siehst du wieder elf millionen verdient jo jetzt wollen wir 59 knapp 60 dann noch das was die video transporter reinbringen apropos die video transporter wie geht es eigentlich mal den video transporter die mir zum beispiel undock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert so was machst du jetzt gerade zyklus 0 du stellst nichts her benötigt diese ressource vorhanden fünf prozent 303 300 kredits ah hier fehlt money 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 na dann komm mal her wo haben wir denn hier money 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 da geld überwiesen oh warte war eine nur zu wenig geld überwiesen so und jetzt so ah eingehende nachricht klingelingeling da kommt der nächste geier und danach sind die greifen dran nova aufklärer eingehende nachricht ja du bist in elysium des lichts und kaufst dir dort sprungantrieb installiert kommando kommando konsole navigation spring und fliege zur station ernsthaft docker an undock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert antigone fleisch ja du bekommst eine sprungantrieb sprungantrieb installiert handelssoftware mk3 installiert so kommando kommando konsole navigation bringe fleischtransporter mk3 du wolltest hier oben an die fleischproduktion andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert alles klar gut oh warte mal sie er sieht nicht gut aus ich bin zu weit geflogen mist warte 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 dann mache ich es so ich fliege jetzt hier runter mache erst dort einen satelliten und dann fliege ich zurück und mache dort den dritten gut stopp erweiterter satellit ausgeworfen 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 was denn das da ist doch kein tor ach das ist der rest von der station die da mal war so gut jetzt ach richtig der basta alman prime ne wo waren der genau info 129 wie viel frachtraum hast du 168 auch 168 was mache ich jetzt mit dir eingehende nachricht eingehende nachricht eingehende nachricht eingehende nachricht warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal also geier prototyp ach so ach so so 3 verkauft 70 millionen das klingt gut so wie weit bin ich hier ein art stücke muss ich noch ok 3 geier es müssten 4 sein ronka ronka reich des kardinals genau da wo ist der vierte oder war das schon vier ok ja da waren nicht alle dann habe ich mich verklickt oder besser gesagt verguckt beim klicken nein es waren drei und jetzt sind es vier so wollt doch schon sagen und jetzt du fracht erweiterter satellit ausgeworfen da ist doch top so damit ist dann dieses unterschlupf fertig grüne suppe ist fertig ok es klappt alles gut da brauche ich jetzt nur noch auf den aucker warten den habe ich geschickt nach ronkas macht da ist er sehr gut dann springe ich schon mal nach hier muss irgendwo kreuz sein sprungantrieb wird geladen 10% 20 30 40 50% 60 70 80 90 Amendment 90 90 50 41 44 41 41 42 42 44 42 42 42 43 41 halifa war der eingehende nachricht ist keiner von beiden leuten so ok handel du wolltest kaufen eine satellitenfertigung da kommando kommen konsolen navigation bringe bitte nach und docker an und erlaubnis erteilt kommando akzeptiert am m2 versorger so na weil ich also kommando kann konsole spezial da nein kommando akzeptiert happy birthday gut info kommando keins doch du hast doch ein kommando andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert so sie sprechen mit dem automatisierten kommunikation gibt es etwas wohl schön dass sie vorbeispiele mission sollte simpel werden sind sie daran interessiert er ist jetzt erst eingehende nachricht nova aufklärer genau so kommando kommando konsole quatsch wir haben gesagt energiezellen konntest 25 ertragen war ja kommando konsole navigation bringe nach nach nannis unterschlupf und erlaubnis erteilt kommando akzeptiert gut und der hier war mir zu einfach dann würde ich sagen wie wir nach hause kontrolzentrum alpha kontrolzentrum alpha so darüber jahres ok der kriegt auch sein markt 3 der drüben hatte markt 3 und sobald die dann alle kommt der fleisch und der nova werde ich ihren diensten zuteilen ja das geht gut ja da muss ich halt gucken dass hier nicht zu viele satelliten rum eingehende nachricht sehen und reinkommen ja also heimatbasis so handel staate wirtschafts- und versorgungshändler ach so warte das kann ich glaube ich laden ne ach den hatte ich nicht abgespeichert weil das ja zu individuell war mache ich das jetzt nachrichteneinstellungen ach so hier dann produktlisten kann antikonifleisch handel staate wirtschafts- und versorgungshändler ach ja doch kann der produktion steht doch da produktliste produkt hinzufügen oder fleischblöcke genau so das hat jetzt irgendwie falsch gemacht ach ja natürlich du sollst es ja nicht verkaufen da fehlt ja aber noch eine software ja die findet eine software ja okay muss ich mal nächstes mal machen muss ich dann noch das auf der zukunft alles klar da hat sich das thema erledigt er ist beim nächsten mal dran und bis dahin würde ich sagen danke fürs zuschauen danke für eure tipps und kommentare macht's gut genießt den sonntag und bis dahin see you later andock vorgang erfolgreich willkommen zu hause an bord verbindung zum örtlichen handelsnetzwerk hergestellt